Ja, ich bin ja jetzt hier gerade bei der Plasma-Spende und ich kann sagen, es ist überhaupt kein Problem. Es tut kein bisschen weh. Ich werde hier super betreut. Es geht auch schnell. Und ich kann die Gelegenheit nutzen, alle zu bitten, auch zum Blutspenden zu gehen, sich bereit zu erklären, Plasma zu spenden, Blut zu spenden. Wir brauchen das in den Kliniken, in den Krankenhäusern für die Patienten, für die Behandlungen. Nicht nur für die Covid-Erkrankten, sondern generell für unsere Operationen, für alte Menschen. Und gerade durch die Pandemie haben viele Leute Angst, zum Blutspenden zu gehen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Hier ist aber alles total gut organisiert und total sicher. Und es wäre gut, wenn wir noch viele Spender gewinnen könnten. Ja. Ja. Danke. Danke.